Magic Movie am Dienstag. Einer für alle. Und alle für einen. König ist in Gefahr. Ein Eid auf die Ehre. Musketeer fürchtet die Gefahr nicht. Ein Schwur auf den König. Sagt dem Kardinal, dass wir unserem Schwur treu bleiben und den König beschützen werden. Ein Pakt auf Ewigkeit. Einer für alle. Und alle für einen. Diese Musketiere sind gefährlich. Sie dürfen uns nicht entkommen. Die drei Musketiere. Am Dienstag um 20.15 Uhr. Unsere Allermeister sorgen dafür, dass unser Buko so unvergleichlich lecker schmeckt. Sind ja auch nur natürliche Zutaten drin. Und dafür, dass Buko immer wieder neu schmeckt. Und schließlich dafür, dass er auch in Zukunft so einzigartig lecker bleibt. Unser Buko. Jetzt neu Buko India. Hab gehört, es gibt einen neuen Whopper in der Stadt. Den Hot Texas Whopper mit Ralapeños und Barbecue Sauce. Lass mal beißen. Versuch's doch. Der Hot Texas Whopper von Burger King. Der neue Whopper in der Stadt. Jetzt 25% mehr Softdrink und King Pommes im Hot Texas Whopper Menü. Ja. Das war wohl nix. Hey. Hey, ich hab auch Durst. Löscht den Durst mit ausgewählten saftigen Früchten und stillem Mineralwasser. Fruchtig Frisch von Granini. So cremig und so lecker war Käse noch nie. Streichfein von Hochland. So hoch muss Käse schmecken. Wenn du Mut beweist. Na, traust du dich hoch? Okay. Und deine Fanta an die Krone des Liebesbaumes bringst. Verrät sie dir den Namen deiner großen Liebe. Fanta? Verrat mir seinen Namen. Ups. Ja, ups. Servus. Mein Name ist Jimmy Humuhumumumukumukua. Probier doch auch mal Fanta Lemmon. Mit ihren Seelen wollten sie Besitz von ihm ergreifen. Doch sie alle sollten ihm unterlegen sein. Der Renault Cléo. Woher nimmt er diese Kraft? Renault, Kreateur d'Automobiles. Die Leicht- und Sicher-Finanzierung für den Renault Cléo. Jetzt ab 69 Euro im Monat. Das saftige Fruchterlebnis. Granille, Fruchtbonbons, Multivitamin. Bei Sodbrennen und Magenbeschwerden hilft Talzid zweifach. Erstens, Talzid befreit schnell von Sodbrennen. Zweitens, Talzid stärkt den Selbstschutz des Magens gegen die Säure. So kann sich der gereizte Magen in Ruhe erholen. Talzid von Bayer. Hilft dem Magen, schützt den Magen. Talzid gibt's auch flüssig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Kennt ihr das auch? Du hörst irgendwo einen Song, findest ihn super, willst ihn haben. Aber sofort, also ich meine wirklich sofort, du willst ihn besitzen. Er soll dir gehören, dir ganz allein. Also ich bin jetzt nicht obsessiv oder so. Ich lade Musik bei musiklod.de. Musiklod von Tee Online. Super einfach, super günstig, super aktuell. www.musiklod.de Erlebe den erfrischenden Geschmack von Nesti. Mit natürlichen Antioxidantien, die dafür bekannt sind, unsere Körperzellen schützen zu können. In vielen leckeren Sorten und jetzt neu, Nesti Grün-Tee-Citrus. Weißt du noch früher, auf der Universität, immer wenn wir zwischendurch etwas Hunger hatten, hast du uns Blenis gemacht. Mit dicke Hefe und viel, viel saure Sahne. Die waren grauenhaft. Milchschnitte mit viel frischer Milch gemacht. Die Zwischenmahlzeit von heute. Schmeckt leicht und belastet nicht. Und los! Eins, zwei, ja, so bist du. Weiter! Oh, meine Beine tun so weh. Nimm doch eine Aspirin-Tablette. Ich hab keine Kopfschmerzen, mir tun die Beine weh. Aspirin hemmt die Produktion der Schmerzsubstanzen genau da, wo sie entstehen. Egal ob Kopf, Rücken, Gelenke. Schnell und gut verträglich. Ich wünschte, alles wäre so einfach. Aspirin, die Schmerztablette. Überraschend vielseitig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die ganze Frische der Alpen. Schmeckt man nur in Almette Frischkäse. Mit der Frische reinster Alpenmilch. Almette, der Alpen Frischkäse. Du willst es auf die harte Tour? Landenwurz, Wind, das Styling. Stark wie Titan. Radikal. Und unverwüstlich. Styling auf die harte Tour. Titan und von Taftlux. Von Schwarzkopf. Was darf's heute sein? Opa, Opa! Schau, Bella! Pumangere, magst du neun? Sieben, was magst du am liebsten? Schnitzel. Aber heute meritorale Arten von Knorrfix. Ein paar frische Zutaten dazu. Ist fertig. Darf ich morgen wiederkommen? Nur von Knorrfix? Kennen Sie die? Wiesenfrische. Die neue Geflügelsalami von Wiesenhof. Die mit der Kleeplattform. Frisch, würzig. Lecker. Kannst du vielleicht mal mit anpacken? Ich hab leider beide Hände voll. Unverschämt gut. Wiesenfrische. Die Geflügelsalami von Wiesenhof. Schon wieder alleine den Abend verbracht? Das kannst du jetzt ganz schnell ändern. Komm in den Teletext zum SMS-Flirt. Gib dein eigenes Inserat auf. Nach nur wenigen Minuten erscheint dein Inserat im Teletext. Und jeder Zuschauer kann dir eine SMS zurückschreiben. Probier's einfach aus und lerne jetzt deinen Traumpartner kennen. Unsere Garantie. Beim SMS-Flirt findest du nur echte Inserate von echten Flirtsuchenden. SMS-Flirt im Teletext auf Seite 470. So schnell hast du dich noch nie verliebt. Montagabend. Der schlimmste Tag der Woche ist überstanden. Zeit für den nackten Wahnsinn. Er liebt Tiere. Er ist ein wahrer Kinderfreund. Keine Frau kann ihm widerstehen. Mr. Bean. Ein Mann, ein Teddy. Viel Spaß. Und danach bin ich dran. Mit Werbespots, die einfach genial sind. Der Comedy-Kult am Montag mit Mr. Bean um 20.15 Uhr. Und direkt danach, witzig-spritzig, die besten Werbeknaller der Welt. Viel Spaß. Unser Kino-Highlight am Mittwoch. Ahoi dann, alle Mann. Aja, shut up. Leinen los für das verrückteste vierarten Abenteuer aller Zeiten. Wer hat diese Kuh angeheuert? Captain Comet im Kampf gegen Tim Curry. Muppets, die Schatzinsel. Das Kino-Highlight am Mittwoch um 20.15 Uhr. Ups, die Pannenschub. Ihr fährt nicht lang gefackelt. Hier wird Gas gegeben. Die lustigsten Bruchpiloten. Die frechsten Haustiere. Die größten Blindgänger. Die flottesten Hüpfer. Die abgedrehtesten Home-Videos der Welt. Ups, die einzig wahre Pannenschub. Am Donnerstag um 20.15 Uhr. Gleich. Fertig? Fertig. Na klar, fertig. In der rauen Welt des Ghettos. Wann reparieren Sie dieses Laune? Verliert diese coole Bruder nie die gute Laune? Ich bin hier der offizielle Hausmeister. Hausmeister Stubbs. Gleich. Yeah. Yeah.